Sind Sie bereit, sich der Realität zu stellen, dass unsere Zukunft auf den Schultern von Elon Musk ruht? In diesem schockierenden Video warnt uns das Tech-Genie, dass wir die bevorstehenden Herausforderungen ohne seine Vision möglicherweise nicht überleben werden. Sehen Sie sich jetzt an und finden Sie heraus, wie Sie sein können Teil der Lösung und helfen, unsere Zukunft zu sichern. Das größte Problem, das ich bei sogenannten KI-Experten sehe, ist, dass sie glauben, mehr zu wissen, als sie es tun, und es macht mir Angst, dass dies ein Fall ist, indem sie eine sehr ernsthafte Gefahr für die Öffentlichkeit haben. KI ist viel weiter fortgeschritten, als Menschen erkennen, und das Tempo des Fortschritts ist viel größer, als die Leute erkennen, dass es ziemlich offensichtlich ist, wenn sie einen Roboter herumlaufen sehen, der redet und sich wie eine Person verhält, sind sie die VOA, das ist wie das, was sie wissen, das wirklich offensichtlich wäre. Was nicht offensichtlich ist, ist eine riesige Serverbank in einem dunklen Tresor irgendwo mit einer Intelligenz, die potenziell viel größer ist als das, was ein menschlicher Verstand tun kann. Ich meine, seine Augen und Ohren wären überall, jede Kamera, jedes Mikrofon, jedes Gerät, auf das über das Netzwerk zugegriffen werden kann, das ist es, was KI wirklich bedeutet, es ist nicht so, dass ein Roboter, der die Roboter herumläuft, einfach wie ein Finger der KI wäre. Im Allgemeinen sind wir alle viel klüger, als wir denken, aber viel weniger schlau und dümmer, als wir denken, also ist dies dieses D endet damit, kluge Leute zu plagen, die sie einfach nicht können. Sie können sich nicht über ihre Intelligenz definieren, und sie mögen die Idee nicht, dass eine Maschine viel klüger sein könnte als sie, also verwerfen sie die Idee, die grundlegend fehlerhaft ist, es ist die Situation des Wunschdenkens. Ich bin wirklich ziemlich nah an, ich bin sehr nah an The Cutting Edge in Egei und es erschreckt mich zu Tode, dass es weitaus mehr kann, als fast jeder weiß, und die Verbesserungsrate ist exponentiell, das können sie an Dingen wie Alfago sehen, das dauerte von vielleicht 6 bis 9 Monaten, von der Unfähigkeit, selbst einen einigermaßen guten Go-Spieler zu schlagen, bis zum Sieg gegen den europäischen Weltmeister, der auf Platz 600 stand, und dann zum Sieg über Lisa Doll. 4 oder 5 waren ihr Weltmeister viele Jahre lang dann den Wagenrad-Champion schlagen, dann alle schlagen, während man gleichzeitig spielt, dann gab es Alpha Zero. Das Alpha zerschmetterte, 100 zu 0 und Alpha Zero, das gerade durch das Spielen selbst gelernt wurde, kann im Grunde jedes Spiel spielen, für das Sie die Regeln eingeben, wenn Sie welche Regeln Sie ihm auch geben, lesen Sie buchstäblich die Regeln, spielen Sie das Spiel und seien Sie für jedes Spiel übermenschlich. Niemand erwartete diese Verbesserungsrate, wenn Sie dieselben Experten fragen, die glauben, dass die Ki nicht so schnell voranschreitet, wie ich es sage, Hink, Sie werden feststellen, dass Ihre Vorhersagen für Dinge wie Go und andere KI-Fortschritte einen ziemlich schwachen Schlagdurchschnitt haben. Es ist nicht gut, wir werden dies auch beim Selbstfahren sehen. Ich denke, dass das Selbstfahren wahrscheinlich bis Ende nächsten Jahres sein wird, im Wesentlichen alle Arten des Fahrens umfassen und bis Ende nächsten Jahres mindestens 100 bis 200 Prozent sicherer sein als ein Mensch. Wir sprechen von vielleicht 18 Monaten und es ist eine Studie über Teslas Autopilot-Version, die relativ primitiv ist und dies festgestellt hat, war eine Reduzierung der Autobahnen in Fälle 45 und das, obwohl Autopilot 1 nur Version 1 ist, Version 2, denke ich, wird mindestens 2- oder 3-mal besser sein, als die aktuelle Version, die gerade läuft. Ich meine, wir alle, Sie wissen, dass dies wirklich das gruseligste Problem für mich ist. Ich sage Ihnen, ich glaube wirklich, dass wir hier staatliche Regulierung brauchen, nur damit Sie wissen, dass dem Gemeinwohl gedient wird, weil Sie Unternehmen haben, die gegen Sie antreten. Sie müssen irgendwie Rennen fahren, Key zu bauen oder Sie werden im Wesentlichen nicht wettbewerbsfähig gemacht. Wenn Ihr Konkurrent die beteiligte Key von Racing ist und Sie dies nicht tun, werden Sie sie vernichten. Sie müssen wirklich innehalten und sicherstellen. Dass dies sicher ist und wann es ist cool und funktioniert ein bisschen und die Aufsichtsbehörden sind davon überzeugt, dass es sicher ist, weiterzumachen, dann können Sie gehen, aber ansonsten müssen Sie die Aufsichtsbehörden irgendwie verlangsamen, das zu tun, denn für alle Teams im Spiel, ich meine, es gibt ungefähr 12% der Jobs Transport. Transport wird eines der ersten Dinge sein, die vollständig autonom werden, aber wenn ich sage, dass alles wie die Roboter in der Lage sein werden. Alles zu tun, ja, die Analogie zur Atombombe ist nicht genau. Sie wissen, dass die einfachen Elemente im Laufe der Zeit immer komplexer werden und zu dem werden, was wir sind. Das Tech-Genie machte im Interview deutlich, dass Wissenschaft und Religion nicht koexistieren können. Der Wirtschaftswissenschaftler, der sagte, dass Religion das Opium der Maßen ist, war schockiert, als er erfuhr, dass Moschus nicht betet. Schau mal, ob Wissenschaft und Religion koexistieren können, als ich fast an Valeria gestorben bin, wow. Das ist wirklich nicht richtig beten, also legst du dein Geld dorthin, wo du Insektenspray bist, Bewusstsein und du denkst über all diese riesigen Lebensfragen nach, was dich umhaut, was dir alles gut macht, wie weit weg die Dinge sind und wie groß sie sind. Die Tatsache, dass es Dinge wie supermassive schwarze Löcher gibt, die brillanten Söhnen gleichkommen, egal ob Hundeenergie oder irgendwie interessant. Weil ich meine, ich bin mir nicht sicher, was das eigentlich ist. Wissen Sie, dass die Leute nicht wissen, dass das wirklich ist, und es ist tatsächlich besonders dunkle Energie, Wissen Sie, dass dies ein Argument dafür sein könnte, dass dies eine Simulation ist, weil Sie in einer Simulation einfach Dinge machen könnten, seien Sie, wie Sie möchten, die niedrigste Zahl muss konsistent sein. Lassen Sie sich nicht täuschen, dass Moschus als Kind nichts über Religion weiß. Der junge Elon Musk besuchte eine anglikanische Sonntagsschule und lernte in einer jüdischen Vorschule, dass er wahrscheinlich mehr über die Bibel und das Christentum weiß als die meisten Leute, wie das folgende Interview zeigt, wie viele Menschen tatsächlich weniger die Bibel gelesen haben, als sie wahrscheinlich sagen beides, Oh ja, ich meine, ich meine, an einem Punkt, weißt du. Als ich ein Kind war, war ich, als hätte ich diese existenzielle Krise und ich versuchte herauszufinden, was der Sinn des Lebens ist. Und ich dachte, Oh, es bedeutet alles nichts, es ist alles und ich und ich weiß, ich habe eine ganze Reihe religiöser Bücher gelesen, einschließlich der Bibel, und ich denke, es gibt jetzt eine Menge Dinge, die ich dir in der Sonntagsschule nicht beigebracht habe, das neue Testament, ich bin wie woa, das ist ziemlich rachsichtig im Alten. Ich meine, sagen wir einfach, dass ich den Prinzipien zustimme, die Jesus befürwortet hat. Sie wissen, dass es in den Lehren von Jesus einige große Weisheit gibt, und ich stimme diesen Lehren zu, und Dinge wie das Sagen der anderen Wange sind sehr wichtig, weil im Gegensatz zu Auge, Auge macht ein Ei von jeden blind, also ist Vergebung wichtig, und ähm, Menschen so zu behandeln, wie sie behandelt werden möchten, lieben sie ihren Nächsten, Da ich sehr wichtig verkaufe und wie Jesus offensichtlich sehr armer Alkohol war, wissen sie, weil eines seiner Wunder war. Wasser in Wein zu verwandeln, ja, das war, als hätten sie eine Party gefeiert, ihnen ging der Wein aus, und sie sagen, lass uns das besser am Laufen halten, gutes Zeug, es ist ein verdammter Laden geschlossen, und er sagt, ich habe okay, Wasser, nicht Wein, ich wie beim Feiern ist es interessant, wie der CEO von SpaceX die Raketenwissenschaft versteht, aber nicht den Ursprung des Lebensexistenzkrise während des nächtlichen Gesprächs in der Residenz des kanadischen Konsuls in Los Angeles, hier, ist, was Elon zu sagen hatte. Zusammenfassend dient die Warnung von Elon Musk als Weckerer für die Menschheit, Maßnahmen zu ergreifen. Wir stehen vor einem kritischen Moment in unserer Geschichte, und es liegt an uns, unsere Zukunft zu bestimmen. Mit den technologischen Fortschritten haben wir die Kraft, unseren Weg zu ändern und eine nachhaltige Zukunft zu sichern. Warten Sie nicht, bis es zu spät ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, unsere Videos nicht zu verpassen. Vielen Dank. Vielen Dank.